Hallo, hier ist die Rose. Mit neuer Brille und einem tollen Feuerschlageisen möchte ich zeigen, wie ich mit meinem Feuerstein und diesem schönen Schlageisen ein Feuer entfache. Ich mache es nämlich anders als im Internet beschrieben. Im Internet wird beschrieben, dass man auf den Stein das Schakloff legt und dann mit dem Feuerstein, mit dem Stahl entlang schrappt. Hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe beobachtet, die Funken fliegen immer nach unten. Also habe ich gedacht, tue ich meinen Schakloff mal unten drunter. Und dann wollen wir mal schauen, ob es jetzt klappt oder ich mir nur auf die Finger haue. Genau, genau so. Da ist jetzt meine Glut. Ich nehme immer zwei Läppchen. Dann habe ich ein bisschen mehr Glut. Und, da können wir das, wie mein Zundernest. Danke Survival Deutschland, dass man Feuer entfachen kann, ohne aus der Pust. zu kommen. Nehmen wir den Wind. Nehmen wir den Windgeschwind. Nehmen wir den Windgeschwind. Hei ja ja. Hei ja ja. Hei ja. Hei ja. Hassa. Hoi joi joi ja. Hui. Ha 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 ha. Klasse, wa? Danke fürs Reinschauen. Tschüss. Die Rose. Zehn's. Tschüss.